Probierens. Ist hier ein Mega-Loot oben. Das ist noch nicht wieder... Ah, Mr. Skywalker. Zeig jetzt vor, wie es geht. Yep. Yep. Ah, ich glaube, ich kann schon wieder ein neues Skywalker-Video machen, so wie er sich behält. Schaut euch diese Moves an. Unglaublich. Oh je. Nein, kletter rauf, du... Hm. Geil, Walker hat mich zu viel abgelenkt. Ah, schön, dass du es überlebt hast. Ah. Wo steht er diesmal? Oh! Ray Wandwalker. Das auch noch. Ah, jetzt steht er mal ganz normal drauf. Uff. Ah, das ist ja wieder der Ray Skywalker. Ah, was gibt es denn da der Decke drinnen, Ray? Ah, das ist ja wieder. Ah. 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 Das ist ja wieder typisch Ray.